Am Donnerstag haben wir es mal mit vorübergehend ruhigem Wetter zu tun. Und das bedeutet, dass es immerhin mal fast überall trocken sein wird. Es gibt aber auch einige Regionen, die haben es dann schon bereits mit dem Nebel zu tun. Das liegt daran, dass sich direkt hier über uns ein Hochdruckgebiet eingenistet hat. Es wird auch in den kommenden Tagen immer weiter für unser Wetter sorgen, also weiter wetterbestimmend sein. Und so haben wir letzte Schauer, die hier einmal im Osten abziehen und erst zum späten Nachmittag kommen dann aus Westen neue Regenfälle auf. So starten wir am Vormittag eben mit dem Nebel bzw. mit der Sonne im Süden. Nach Norden haben wir ein Gemisch aus mal mehr oder mal weniger Wolken. Hier und dort wird es auch noch einmal nass. Am Nachmittag kommen dann bereits neue Regenwolken hier im Westen auf. Und das bedeutet, dass es dann hier mehr oder weniger keine Sonne zu sehen gibt. Ein paar letzte Schauer sind auch noch im Osten unterwegs. Und dazu steigen die Temperaturen auf drei bis maximal acht Grad im Westen. Am Abend kommt dann eben der bereits angekündigte Regen immer weiter in die Landesmitte voran. Es wird nicht viel sein, was dort herausfallen wird, aber es sorgt eben dafür, dass es nass auf den Straßen wird. Am Freitag haben wir es dann noch einmal mit einem kleinen Tief zu tun. Und das sorgt dafür, dass wir dann insbesondere in der ersten Tageshälfte hier in der Südhälfte teils kräftigen Regen haben. Ansonsten gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken in den weiteren Landesteilen nach Norden. Und das bei 10 Grad im Südwesten. Am Samstag wird sich dann wieder ein neues kräftiges Hoch aufbauen. Und das wird dafür sorgen, dass wir dann langsam in ruhiges Fahrwasser kommen. Das bedeutet zum einen in der Nordhälfte dichte Wolken nach Südwesten. Dort, wo es besonders windschwach ist, haben wir teils 10 und dichten Nebel bzw. Hochnebel. Deshalb steigen die Temperaturen auf einen bis maximal sieben Grad, wenn auch die Sonne mal herauskommt.